Einige Kurven hier sind ziemlich unangenehm. Du brauchst volle Konzentration. Das ist Sosa. Er kämpft auch gern mal unfair. Sei auf der Hut. Die Voraussetzungen sind heute perfekt für dich. Schnapp dir den Sieg. Gut, du bist in den Top 3. Du bist auf Platz 3 zurückgefallen. Gut, jetzt kämpf um Platz 1. Gut, du bist in den Top 3. Halte die Führung. Der zweite ist direkt hinter dir. Letzte Runde. Du liegst in Führung. Du hast es. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Konzentrier dich und behaupte die Führung. Musik Musik Sehr gut. Du fährst ein blitzsauberes Rennen. Okay Junge, du liegst weit in Führung. Konzentrier dich aufs Fahren, dann gewinnst du dieses Rennen. Okay Junge, du fährst ein blitzsauberes Rennen. Okay Junge, du fährst ein blitzsauberes Rennen.